mein kollege hat den schlüssel drin vergessen jetzt müssen wir gucken wir gucken ob das läuft wir haben vorhin klein haben wir benutzt er hat nicht funktioniert wir sind übrigens für mayo kommt der tech4camp und jetzt öffnen wir diesen skoda mal gucken ob es geht ja wir haben zu viel geöffnet man sieht die seitenscheibe ist durch die vorzug mit kaputt gegangen